hallo und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight ich spiele heute mal wieder das gespenst und zwar mit den perks aufgezählte hoffnung verteufelter boden ruin und hass und ich habe zwei addons dabei einmal dass mein spuk ein bisschen länger hält und einmal dass ich mich ein bisschen schneller bewegt während dem spuk so da vorne sind rennspuren und da drin ist mac und mac hat wohl sprint muss dabei ja ich habe eine challenge ich muss meine besessenheit mit mit der hand töten während ich hass benutze deswegen haben stehen hauptsächlich dabei aber ich will mich nicht nur auf hass verlassen deswegen habe ich auch noch ein grünes mori dabei und mac ist wohl auch meine besessenheit so gucke ich direkt mal ob ich mac noch mal da ist es doch aber kann sagen ob ich mac noch mal kippen kann hallo claudette dann bleibe ich jetzt erstmal bei mac auch wenn es vielleicht dumm ist da bin ich glaube ich zu früh aus dem spuk wieder raus ja aber das macht nix da ist ja noch jemand da vorne lässt sich mac heilen so und jetzt holen wir uns die alte mal kann ja sein dass sie jetzt noch ewig weiterhin kommt lässt du die finger da weg das ist eine absolute unverschämtheit was hier passiert alle sind verletzt und irgendjemanden werde ich jetzt noch mal erwischen hier aber nacken mit dir wenn ich jetzt noch einen finde da vorne ist doch einer so und weiter geht die jagd der geht zurück der geht zurück der geht zurück da ist claudette erstes token für aufgezahlte hoffnung und du kommst nicht an diesen haken da ist mir ein totem viel zu nah du kommst an den haken da vorne der geht zurück da wird nicht dran gearbeitet der ist schon ziemlich weit so sie fangen die die hing die sind schon wieder im generator dran das ist eine absolute unverschämtheit nein schätzchen erst sie jane verraten und dann kackend reist sie dann den generator gehen das kann ich so nicht äh äh durchgehen lassen deswegen hängst du jetzt einfach wieder so sind immer noch alle verletzt das heißt wenn ich noch mal die möglichkeit habe da sind rennspuren äh nein hör auf damit lass gefälligst mein totem in uhr so du kommst jetzt auch an den haken in der hoffnung nein die wird nicht vergessen wo mein totem ist aber vielleicht lässt sie jetzt erstmal die finger davon wo ist eigentlich meck ich glaube meck ist diejenige der die ganze zeit mächtig am retten ist da ist clodet schon wieder es ist komisch töte alle und kann meck am ende nicht morien weil sie nicht vom haken geholt wird das war aufgezerrte hoffnung oh die ist schon tot ok ich hoffe das war meck nein 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 da vorne ist meck mal schauen ob ich die jetzt mit verteufeltem boden erwischen kann ok die biegt aber schon ab ja da kann was ich vor habe so wo ist sie hin die ist auch schon tot hä hä jetzt bin ich verwirrt wieso ist sie jetzt auf einmal fang wo ist meck hin ok das ist seltsam aber gut dann bleibe ich halt jetzt erstmal bei fang gut mit hass kann ich meck immer noch töten wenn sie die letzte überlebende ist aber wo ist sie aber wo ist sie ganz verrückte sache schon wieder naja gut dann gehen wir einfach mal weiter suchen ich bin absolut verwirrt da habe ich doch gerade dran gearbeitet jetzt hänge ich an dem baum fest ist es dein ernst hallo meck so ich hoffe einen kann ich dir mitgeben bevor hier irgendwas dummes passiert ja ich glaube die hat alles an der wille dabei ah da ist sie doch ja die hat alles an der wille dabei deswegen macht sie keine laute und hört einfach auf zu rennen und schon hat sie mich ausgehebelt da ist sie doch war das ein fehler noch eine runde zu gehen da bin ich wieder zu langsam was ah die hat der tat ok ich wollte jetzt jetzt wollte ich mich grad schon beschweren weil der hätte sitzen müssen der treffer so lass die palette weg hallo endlich fräulein endlich hab ich dich mal da ist auch der keller da bringen wir die direkt mal runter und jetzt muss ich zusehen dass fang die rettet dass ich überhaupt nicht die chance habe die mit der hand zu töten außer ich erwische jetzt beide wenn ich beide umhauen kann kann ich erst fang mit der hand töten weil die hing ja schon dann mech als letzte überlebende mit hass naja der tat war abzusehen aber da ich keine ahnung habe wo mech hin ist die clodette leider ist die macht mein totem die kleine bitch die macht mein totem die kleine bitch ne fräulein so machen wir das nicht so einmal so einmal so einmal so so ich würde mich immer noch interessieren wo mech hingegangen ist ich hoffe nur die finde dann die luke ja die töte ich jetzt mit der hand und jetzt ist luken time angesagt da ist sie oh mein gott so so die ausgänge einmal da und einmal da ok ich sehe hier das licht und ich sehe da das licht theoretisch muss ich jetzt nur zeigen muss ich jetzt nur zeigen ach komm schon mac da ist sie da ist sie ok sie hat auf jeden fall keinen schlüssel dabei wieso kann ich sie nicht warnen warum ist sie nicht gefährdet hallo ich hab Hass dabei du bist die letzte überlebende oder triggert es nur ich spiel den perk halt quasi nie triggert es nur wenn ein ausgang ne das kann nicht sein oder wenn alle generatoren gemacht sind unabhängig vom endgame finden wir es raus dann wäre es verdammt dumm gewesen äh meinen mori zu verschwenden das ist unfassbar ich werde es allen den mori gönnen ich will dich doch mit der hand töten ne naja das war es dann wohl das war es dann wohl mit meinem mori naja trotzdem alle erwischt und trotzdem nicht so ganz zufrieden stellt aber egal oh man schade ähm jetzt muss ich mir aber Hass nochmal durchlesen äh wo haben wir es denn ah wenn alle repariert sind okay ich hätte die doch mori sollen alter was ränge okay okay ich glaube dann habe ich alles richtig gemacht mit meiner spielweise okay ich hoffe euch hat die runde gefallen zeigt mir mit einem daumen nach oben und schreibt eure meinung zu der runde in die kommentare und wenn ihr mehr sehen wollt lasst doch gerne ein abo da und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten mal bei der bei daylight haut rein